ASTROID SHOWER, COMMANDER! Jo Leute, da sind wir wieder bei LET'SPLAY NOVA. Wir haben hier gerade ein kleines Problem, und zwar geht mir langsam die Atemluft aus. Und ich glaube, ich müsste vorne rein. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Wir müssen ein kleines Detail durch das BDF, um näher zu den Bord. Da ist weitere Waffen. Dann hab ich auch hier im Schiff. Alter! Ist da ein MG? Das hört sich ziemlich fett an, was der da hat. Ja, ich glaube, ich stehe im Griff. Achso, ich kann das gerade nicht werfen. Weil das nicht so gut geht. Ich sterbe nicht. Alter, wie krieg ich das ein G kaputt? Das wasch ich mal richtig hin. Was? Komm, oh mein Gott. Brauch du mal, dass ich treffe die Knöpfe da noch so schlecht? Na kommst du mir nicht so gut. Dann hab ich ehre Vorteile noch. Bumm. Und wechseln sie. Ja, das war's. Und das haben wir jetzt grad ziemlich viele Probleme gemacht. Wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo! Oh fuck! Und das! Und das! Und das! Und du! Bist tot! Aha! Ja, hat aber 3 Granaten gekostet. Was ist denn da drin? Hm? Hier geht der Hauptschul gar nicht hin, aber bloß dem hat's hier was. Nichts dann. Oh Scheiße, ich kann mir grad grad los. Aha. Ein bisschen die Leute voranschen. Da kommen ja immer mehr. So, ich kann dann zum G gehen. Ich kann mir nicht mehr gehen. Das reicht's ja aber mal. Okay, mal jetzt was tun. Hm. Hm. Komisch, was man hier jetzt gefunden hat. Das ist vielleicht auch erst ein späterer Zeitpunkt, wo ich hierher muss. Weil der Hauptstrang geht ja nur noch da drüben. Boom. Also springen mag ich hinzuspielen. Hm. Hm. Bleibt nichts viel übrig. He he he. Huiiii. Ouch. Stipp. Stipp. Das war so schien die Rämmerkchen nicht zu lassen. Also irgendwie... Das ist so ein Monotor. Da ist so ein Mal. Hm. Hm. Das ist nur noch da oben. So. Weg sind sie. Und wieder. Hinauf. Oh. Das sieht nicht so nett aus. Na das ist so ein Scheiß. Kann ich ja mal noch Glück? Glaube ich. Ui. Das sieht ja etwas komplexer aus. So. Das geht da hin. Dann. Hm. Doch. Und. Warte mal. Nochmal. Versteh ich doch noch nicht so ganz. Also darf man die gar nicht berühren oder wie? Aha. Wer hat's drauf? Wer hat's drauf? Boah. Jetzt muss ich sogar nur noch rufen. Hui. Die haben mir Dick mitgegeben. Na ja. Versuch natürlich. Schieß schon. Ich bin. Schicke. Na ja. Schieß schon. Schieß schon. Kann man mal. Ideen machen. Nein. 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 Drei Füße zu mir. So. 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 Da gibt's schon sehr viele. Okay. Ich muss drei Schaltspule aktivieren. Oh fuck. So. 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 Oh fuck. Hm. Hm. Komm jetzt da. Komm jetzt da. Swing. Okay. Wo stellt es das hin? Okay. Und jump. Ja. Geschafft. Das solche Level finde ich wirklich cool, wenn es auch wirklich auf das Springen, auf die Springenfunktion eingeht. Okay. Und wieso? Und Turboden. Undra. Captain. The AI turrets up ahead are malfunctioning. Please use caution. Hm. There's sound in here. Any French? We use it sounds. Das. Oh mach ich schon. Mach ich und mach. Und du musst schon in die Beine. Sch OK. Ähm. Ich muss. Den Den. Oh her. Was hätte man sonst da возzuteen? Und weiter geht's! So, nehmen wir mehr von diesen Teilen. Okay. Danke, danke. Und diesmal geht's wieder. Ja, so schnell kann's nicht reagieren. Noch weiter nach unten. Okay. Ja, okay, das könnte lustig machen. Jetzt hab ich hier mal drauf gedrückt. Aufschrecken. Oh, okay. Die nächste Seite ist 30 Sekunden in Kontakt. Jetzt sammere ich alle gebrauchen. Oh, eigentlich hab ich genug. Weiß nicht, wo ich mich entstellen soll. Nachher noch. Okay. Da kommt man ja nicht hoch. Nein. Was geht's? Okay. 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 Ich glaub, jetzt kommen die roten, dicken Viecher. Ich glaub, jetzt kommen die roten, dicken Viecher. Ach, was sag ich. Tja. So. So. Nummer eins. So. Wir nehmen doch mal vor. Das Auto ist schon ganz okay. Ja. Immer schön mit Spritten. Dann kann man auch gut ausmachen. Okay. So. Auf. Stürzt du auch mal. Ja. Jetzt muss ich erstmal hier reinhicken. Ähm. Achso. So. So. Und. Nein. So. Und. So. Und. Und. So. 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 Und. Tja. Paul. Was hängt ein Phil geschlagen? Muss man in beide Reinkommen? Okay. Wir haben da auch noch so einen Multiplikator. Den hab ich gar nicht gesehen. Jetzt aber. Ähm. Als ob ichs brauchen würde. Eh. Aber trotzdem. Wir haben hier den Starter, dann müssen wir es eigentlich nur hier runter und hier rüber. Und Aua. Ja, das ging ja jetzt noch. Noch gehen die Rätsel eigentlich.